Ja, dies ist ein Netzwerk-Video, wo ich einfach meinen Fans und Freunden sagen möchte von Connect & Celebrate, von dem Business-Themen-Team, das hier wieder ein Paradebeispiel ist, wie ein Networking funktioniert. Wir sind hier im Bootshaus, das ist der Nummer 1-Club hier in Deutschland, im Punkt Elektromusik zählt zu den besten Elektro-Clubs weltweit. Und hier ist Kieran, er wird heute am Start sein, er wird hier auflegen. Ich habe ihn quasi hierhin vermitteln können, weil die Kontakte einfach da sind und auch aufgewärmt wurden die Kontakte über Jahre, dass man hier so eine tolle Chance hat, für so einen Youngstar ihn hier so spielen zu lassen. Es ist für ihn geil oder auch für das Bootshaus gut, dass man auch der Next Generation hier Chancen gibt. Mal gucken, was rauskommt. Ich weiß auf jeden Fall, wenn du Dinge weitergibst, kommt eigentlich immer was zurück. Also nicht nur an dich denken, sondern auch geben, geben, geben.